herzlichen glückwunsch an alle leute heute geburtstag haben und herzlich willkommen bei red.gambl heute ist donnerstag und ich spiele days after und ja schauen was wir gleich machen viel spaß also ich bin schon mal zur brücke hingelaufen ich werde zuerst einmal die brücke durchspielen und ich glaube dann werde ich einmal die den abwurfs abwurfs platz machen und danach weiß ich noch nicht schauen wir mal viel spaß ok war schon mal hier einmal schnell durch aber wie bin ich heute zu langsam mit der aufnahme habe die hälfte schon gemacht und dann nehme ich erst auf ich muss trinken sonst bin ich gleich da ich so ist schon in der falsche Richtung das Reh dreh dich um ok jo gleich schon voll nein hab ich die Melone mitgenommen ok dann kann ich die anderen auch nehmen also damals hat das Trinken nicht so viel Wasser gegeben wie jetzt finde ich gut ach komm her und die leh eins zwei weglaufen ok aber gut gemeistert level up ok so kriegt man auch volles lehm ich glaube das war es ne ja auch schon alles hier platt gemacht aber ich werde mal kurz die Wagen alle anschauen was ich hier habe die Wägele hmm davon würde ich nichts mitnehmen erstmal ich werde hier noch zweimal hinlaufen aber warte mal ich nehme die Schuhe doch mit ja so ach nimm alles mit nimm alles mit nichts was ich tragen kann oh ich brauche Bretter damit ich meine Kisten meine Holzkisten umbauen kann stufe 3 kisten also die meisten sind schon stufe 3 ein paar sind nur noch stufe 2 warte mal warum kann ich die nicht nehmen doch geht doch warum war er fein nicht grün äh blau warum war er grün so mach's was halt blau wenn ich was nehmen kann jetzt muss ich gleich noch mal durchlaufen hier das kann doch nicht mit dem richten Ding zu gehen hier ach wird schon passen dann muss sowieso noch einmal Auto drauf machen weil ich halt die Melonen schon angefangen habe zu nehmen das war's gut dann fahre mich jetzt den Platz weg und dann sehen wir uns gleich wieder bei Abwurfstelle viel Spaß so jetzt werden wir zum Abwurfpunkt hin gehen gehen können wir beim Buch schauen ja können wir gleich aber erstmal schaue ich noch jetzt zeige ich euch noch was wir alles mitgenommen haben ne ich habe einmal hier mein Bogen mit einmal ein Rohr noch ein Rohr eine Pistole Verbandsmaterial was zum Essen und Trinken eine Mütze weil meine fast kaputt ist und ein paar Schuhe weil meine auch fast kaputt sind ein bisschen Geld um noch diese Sachen zu kaufen drei Reparatur Kits und einmal drei solche Signale obwohl ich brauche nur eins gut dann sehen wir uns gleich dort wieder bei der Abwurfstelle bis gleich und da sind wir wieder gespannende Musik warte mal muss ich erst kaufen oder obwohl ich glaube ich mir egal am fordern gut ich brauche davon drei stück das ist ein muss drei stück oh die sind billiger geworden brauche ich auch nicht ich brauche hier drei stück von und hier drei das alles mehr brauche ich nicht weil ich habe ja hier die kleinste stufe 0 gemacht bei 1 habe ich ja verloren 2 2 habe ich schon mal gewonnen da hatte ich halt das Maschinengewehr gehabt da hatte ich das Maschinengewehr 1 habe ich auch schon ein paar Mal gewonnen aber auch schon mal verloren letztes Mal habe ich auch wieder verloren weil ich zu wenig Ressourcen hatte dann werden wir jetzt mal bauen 1 2 3 1 2 3 1 2 2 3 ok fertig so ich bin bereit wo kommen die nächste da oben zu breche Das ist gut. Was ist kaputt? Oh, der hier. Ach, scheiß. Schon alles geschafft? Lass die aber schnell. Ich hoffe, ich habe genug Platz bei mir in der Tasche. Natürlich nicht! Dann muss ich nochmal zurücklaufen. Platz in der Tasche, mal hierher laufen. Die restlichen drei Sachen holen. Warte mal, das eine kann ich benutzen. Ach, einen Schuss haben wir ja auch weg. Ein bisschen mehr Platz gehabt. Na gut. Dann würde ich sagen, bis gleich. So Leute, ich mache jetzt noch einmal schnell die Wasserpumpe. Aber nur, ich glaube, das Vollgebirge. Ich muss nämlich gleich los. Okay, die müsste ist kaputt. Die kann ich jetzt noch aus... Ich muss auswechseln. Schnell, schnell, schnell. Ich habe keine Zeit. Dann das Eis auffluten. Das dauert doch so lange. Halb zehn. Um zehn muss ich los. Nein, 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 nein. Okay, let's go. Ein Schluck. Ich wollte nicht irgendwo hin, wo Stahl ist. Ich weiß, dass hier kein Stahl ist. Oder sehr... Schrott, besser gesagt. Oder sehr wenig Schrott. Das wäre eigentlich doof, dass ich hierher gelaufen bin. Na ja. Schon bin ich halt, ne? Bisschen verplant. Okay, aber schnell das Vollgebirge hier. Zack, zack, zack. Einmal alles weggefarmt. Okay, ist aber nicht... Ist sehr schwer hier, ne? Oh, Schweinehutung vergessen. Die Sau muss ich da noch looten. Ich glaube, ich mache das andere auch noch mal schnell. Ich glaube, ich mache das andere auch noch mal schnell. Ich bin hier so schnell unterwegs. Das ist ja noch nicht mal normal. Okay, jetzt muss ich gleich mal kurz... ...eine Sachen ein bisschen anders hinlegen. Nicht nehmend. Nein! Oh! Pistole! Ach! Tja! Das habe ich doch genommen. wieder verdrückt hier. So eine Wiest. Eins. Warte mal. Eins. Da habe ich einmal geschlagen. Ich packe mal das Gras wieder weg hier. Ich muss sowieso nochmal kurz zurücklaufen. Oh, ich habe die Bretter vergessen. ich muss ja die bretter einsammeln die drei da ist nummer 1 packen wir gleich ein paar schule mit dazu jetzt mal schnell laufen nicht langsam zack 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 wir haben doch keine zeit andere brett es fehlt noch ein brett wo ist es wo ist es und da ist es und schon erforscht gut hier muss der IOPI etwas geben ja 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 fortfahren ok weiter gehts super super zu wie Jetzt brauche ich die Pistole, weil gleich am Anfang drei Zombies sind. Weiter geht's. Einmal was trinken. Und wieder was trinken. Dann hier an der Wand entlang laufen. Wieder was trinken. Versteck. Und wieder was trinken. Schuhe kaputt. Warte mal, ich habe die Schuhe dahinten getragen. Vielleicht finde ich nochmal andere Schuhe hier. Schuhe. Das ist mein Wolf. Was trinken. Und das ohne Schuhe. Okay, die Rüstung ist ja nicht allzu groß jetzt bei den Schuhen. Gut, dass wir die Pistole mithaben. Mein lieber Schäumi. Ich bin gleich da. Oh. Oh. Wow. So was trinken. Ist hier was besseres zum Racken. Ja. Oh. Oh. eine pistole ach mensch ich muss hier schneller raken. damit sie auch schon wieder kaputt. ich habe doch gerade erst gewechselt war es sonst keine kiste mehr da? ist es eine kiste? die war leer? letzter schluck? ne vorletzter leer ingwertee nichts da kopf kaputt schluck kaputt was was ist Was ist das? Oder? Doch. Ich wollte da hier nur einen rauslocken. Dann kommen wir auf einmal beide an. Jetzt nur noch der Chef da. Ich habe mich noch hochgeheilt. Das ist doch gar nicht der Chef. Okay. Ich renne da mal kurz raus. Oder? Oh. 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 Ich dachte da war keiner. Aber das gelbe Kreuzchen. Vielleicht bin ich fertig mit trinken. Ich meine. Schöne Pistole. Hier bei den. Oh. Heiß verbraten. Da muss ich auch wieder eine neue Pistole herkriegen. So. Das war's. Greifen mal. Ich hoffe da ist eine Pistole drin. Leider nicht. Aber. Aber. Dann würde ich mal sagen. Das war's mit dem Video. Ich sage Dankeschön für's Zuschauen. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao.